Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter hörst du es nicht. Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter hörst du sie nicht. Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Profilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter bauen, legt die Gewehren, legt die Gewehren zur Hand. Zerschlagt die faschistischen Vorhäuberheeren, setzt alle Herzen in Kraft. Ganz neue, rote, wandernde Arbeit. Auf jeden Dank, auf jede Fabrik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Arbeiter horch, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Arbeiterklasse, denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Fräulein. Arbeiter bauen, legt die Gewehren, legt die Gewehren zur Hand. Zerschlagt die faschistischen Vorhäuberheeren, setzt alle Herzen in Kraft. Ganz neue, rote, wandernde Arbeit. Auf jeden Dank, auf jeden Fabrik. Dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik.